Du liebst die Bühne und das Scheinwerferlicht? Du kommst aus Mecklenburg-Vorpommern und hast Talent, andere zu unterhalten? Dann mach mit bei Lengs Comedy Club, dem ersten seiner Art in Mecklenburg-Vorpommern. Steh in Lengs Restaurant in Rostock auf der Bühne, zeig was du kannst und begeistere Publikum und Jury. Dem Gewinner winkt der Nachwuchs Comedypreis 2012 und möglicherweise Auftritte auf größeren Bühnen. Mach mit, bewirb dich jetzt oder sei als Zuschauer dabei. Mehr Infos unter www.comedy-mv.de